Herzlich Willkommen zu unserer gemeinsamen Erzengel Raphael Meditation. Ja, heute wird uns die Farbe Grün begleiten und natürlich ist das Thema, das größte Thema überhaupt, Heilung, Selbstheilung und Heilung, Gesundheit. Und ja, ich bin sehr gespannt, was mir heute in meine Finger fließen wird, welche Melodien und welche Tonarten. Und wer es noch nicht weiß, mein Name ist Saskia Horn und ich bilde sozusagen die Brücke zu dir als Klangschlüssel zu deiner Seele. Und ja, ich werde begleitet durch meine Kreation, Limee nenne ich diese, Lichtmeditation, früher live improvisierte Meditation. Und das hat immer damit zu tun, dass wir Menschen als Kanal fungieren für die jeweiligen Energien und mir fließt das in die Finger, in die Hände. Und ich freue mich darauf, euch wieder hineinführen zu können. Und ja, wir schließen die Augen, wer mag, setzt euch gemütlich hin, legt euch hin, ganz gleich, wie es für jeden bequem ist. Wichtig ist sicherlich auch immer eine entsprechende Haltung, eine innere Haltung einzunehmen. Und wir atmen wieder gemeinsam durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Einatmen bedeutet die Energie hineinnehmen und ausatmen bedeutet unseren eigenen Alltag, ganz gleich, was gewesen ist, auszuatmen und loszulassen. Mit jedem Atemzug kommt ihr hinein in euren inneren Raum, in euer Innerstes, in euer Sein. Und ihr gleitet hinein in eure ganz natürliche Atmung und schenkt nun den folgenden Klingen die Aufmerksamkeit. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und wir lassen die Klänge noch ein wenig nachwirken. Die Gedanken, die Gedanken, die Bilder, die Gedanken, die Bilder, die Emotionen, ganz gleich, was euch gerade begleitet hat, darf jetzt ziehen. Und wir atmen! Und wir atmen gemeinsam wieder durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und mit jedem Atemzug kommt ihr hinein in das hier und das jetzt. Ja, sehr heilsam, muss ich zugeben, auch für mich, gerade während des Spielens. Ja, es ist immer wieder ein wunderbarer Klangschlüssel, es ist ein kleines Werkzeug, eine kleine Möglichkeit, wie wir in unserem Inneren zur Ruhe kommen, uns entspannen oder ganz gleich, was gerade ansteht. Und Raphael, Erzengel Raphael, ist immer eine ganz wunderbare, kraftvolle, heilsame Energie. Ja, ich danke euch sehr, dass ihr dabei gewesen seid und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Mein Name ist Saskia Horn und ich freue mich jedes Mal auch für euch spielen zu dürfen. Und begleitet von diesen kraftvollen Erzengel-Energien ist es immer ein ganz besonderes Geschenk. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, alles, alles Liebe für euch. Namaste. ... Vielen Dank.